Willkommen zu meinem Tutorial für Ultimate Deadmaule Dreadnoughts. Das Spiel ist ja in der Zwischenzeit ein paar Wochen draußen, befindet sich im Early Access und es ist das Ganze so eine Alpha-Beta-Version aktuell. Das Spiel wird quasi stetig weiterentwickelt. Ich habe das jetzt schon um die 10 Stunden gespielt, kann auch schon ein bisschen was zum Spiel sagen und habe mir gedacht, jetzt mache ich einfach mal ein Video, dass ihr euch da ein bisschen einfacher zurechtfindet, falls ihr da noch neu sein solltet. Grundsätzlich ist es so, dass ihr beachten müsst, dass das hier eine relativ frühe Version ist. Das heißt, wenn ihr jetzt in zwei Jahren das Video anschaut, kann es natürlich sein, dass vieles in der Zwischenzeit schon überarbeitet oder nicht mehr aktuell ist. Kann also sein, dass ich dann in ein, zwei, drei Jahren auf alle Fälle eine neue Version des Ganzen machen werde, je nachdem wie sich das Spiel auch weiterentwickelt. Zuerst mal, was ist Ultimate Deadmaule Dreadnoughts? Das ist quasi ein Schlachtensimulator auf der See, quasi auf dem Meer. Wir bauen unsere eigenen Schiffe, unsere eigenen Flottenstämme zusammen und kämpfen dann quasi um die Vorherrschaft aktuell von Europa, also quasi Mittelmeer, Nordsee, Ostsee, aber später dann auch der gesamten Welt. Und das ist dann auch natürlich eine relativ große Geschichte. Aktuell gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum einen die Naval Academy. Ich muss übrigens noch dazu sagen, dass aktuell bei jedem Update das Spiel zurückgesetzt wird. Das heißt, eure Kampagnen sind weg, eure Fortschritte sind weg, aber das wird irgendwann anders sein. Jetzt aktuell ist es so, nach jedem Beta-Update oder jedem Spiel-Update ist es so, dass alles resettet wird. Deswegen könnte ich jetzt quasi jedes Mal neu anfangen und müsste es dann wieder neu freischalten. Grundsätzlich, die Naval Academy ist relativ simpel. Das ist so ein bisschen, euch das Spiel zu erklären und ein bisschen zu challengen. So, ihr habt quasi Vorgaben, was ihr machen müsst. Könnt dann quasi für bestimmte Geldmittel zur Verfügung, könnt etwas bauen und müsst quasi dann gegen ein ähnliches Schiff oder bestimmte Taktiken erfüllen oder beziehungsweise bestehen, gewinnen. Gibt es übrigens auch noch Boni, die ihr auswählen könnt, um euch das dann noch ein bisschen einfacher zu machen, wenn ihr das machen wollt. Oder gibt es dann noch relativ viele weitere, die dann natürlich im Laufe der Zeit auch schwerer werden. Ist ein relativ praktisches Ding, so ein bisschen Tutorial und Challenge für euch selber, einfach nochmal um Sachen wirklich herauszufinden und kennenzulernen. Dann haben wir noch Custom Battle. In Custom Battle könnt ihr unter anderem auswählen, wie eure Flotten zusammengestellt sein sollen und zu welcher Jahreszeit. Jahreszeit ist relativ wichtig, da das beeinflusst, welche Schiffe da quasi random generiert werden. Also ihr könnt das auch selber designen. Das ist dann natürlich auch wichtig. Ihr könnt bis maximal ins Jahr 1940 gehen. 1940 heißt, das ist dann das Ende von den Forschungen. Je später das Ganze ist, desto größer die Schiffe, desto stärker die Waffen, desto besser gepanzert und desto mehr Action gibt es auch, logischerweise. Dann könnt ihr noch einstellen, wie die Entfernung sein soll, also wie weit die Flotten voneinander entfernt stehen sollen. 1000 Meter heißt dann, dass die quasi von 1000 Metern spawnen. Die haben eine Range von ca. 0 bis 16.000. Ja, das heißt, wenn die natürlich auf 1000 Meter sind, könnt ihr davon ausgehen, dass da direkt die Kacke richtig am Dampfen ist. Erste Battles sind halt eher was für Spaß, für kurze Unterhaltung. Ihr könnt auch die KI die Kontrolle übernehmen lassen, dass quasi die KI dann für euch die Schiffe steuert. Und dann könnt ihr quasi einfach nur zuschauen. Aber natürlich, das Herzstück auch dieses Spiels ist die Kampagne. Und da könnt ihr aktuell das britische Empire, das französische Empire, Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn auswählen und spielen. Aktuell ist es so, dass nur diese Nationen spielbar sind. Es gibt noch ein paar mehr auf der Kampagnenkarte. Die könnt ihr aber aktuell noch nicht spielen. In der Zukunft wird es so sein, dass auch natürlich Amerika, China sollen mit reinkommen, Japan und rein theoretisch alle Nationen, die irgendwie Küstenregionen haben, sollen spielbar sein. Und es soll auch so sein, dass es historisch ist, natürlich dann China deutlich schwächer als Japan. Und Japan dann mehr oder weniger erstmal gleich stark später wahrscheinlich schwächer als dann z.B. die United States und solche Geschichten. Wir haben jetzt hier dann Einstellungsmöglichkeiten. Denn das Start, was wir auswählen können, das beeinflusst halt quasi die Forschung. Umso später wir starten, desto mehr Sachen sind erforscht, umso größere Schiffe können wir bauen. Schwierigkeitsgrad gibt es aktuell hart, legendär, normal. Natürlich für Anfänger empfiehlt sich hier erstmal normal. Dann haben wir die Möglichkeit hier, wie das Ganze festgelegt sein soll, von den Flottenaufstellungen her und von den Vorgehensweisen eher historisch oder random. Und ob die Flotte Auto erstellt wird, also automatisch generierte Schiffsdesigns, oder ob ihr euch die selber erstellt. Wir machen jetzt mal Create-Own, um euch das zu zeigen, wie das dann ausschaut. So, auf der Kampagnenkarte angekommen, sehen wir dann, wir sind Großbritannien, haben neue Schiffe, alle anderen Nationen haben schon Schiffe. Ich sehe noch schon, was die für Schiffe haben. Da gibt es dann BBs, das sind quasi Schlachtschiffe. Dann gibt es BCs, so eine Battlecruiser, also Schlachtkreuzer. CAS, CLs sind so mittelschwere, leichte Kreuzer. Und dann haben wir noch DDs, das sind Zerstörer, die heißen früher hier im Spiel noch Torpedo-Boote, aber werden dann quasi ersetzt durch die DDs. Wir sehen hier außerdem auch, was wir überall besitzen mit unseren Flaggen. Wir sehen die ganzen anderen Flaggen, auch mit den Flotten, die sich in den Häfen aufhalten. Und dann jede Flagge steht quasi für den Hafen. Und wenn Schiffe gebaut werden, kommen die erstmal in den Hafen und müssen dann von dort aus rausbewegt werden, irgendwo ins Meer. Dabei ist es dann auch grundsätzlich so, dass wir natürlich auch sehen, wer ist mit uns verbündet und wer ist verfeindet, indem wir auf die Politik gehen. Die gibt es jetzt aktuell noch nicht. Wir sehen natürlich, wir als Großbritannien sind befreundet mit Frankreich und Italien, während natürlich Deutschland und Österreich und Ungarn uns hassen. Möglicherweise, mit denen sind wir im Krieg, sehen wir auch hier in der Übersicht. Und dann später natürlich, wenn da auch andere Nationen mit reinkommen und dann auch die Diplomatie mit reinkommt, wird das natürlich dann ein bisschen anders ausschauen hier. Aktuell sehen wir dann auch noch andere Sachen, zum Beispiel wie unsere Regierung ist, sind aktuell alle demokratisch. Naja, ich weiß ja nicht. Dann sehen wir die generelle Meinung der Regierung, dann unser Nebelprestige, wie viele Provinzen wir halten, also Häfen und unsere Technologiestufe. Natürlich jetzt, wir sind jetzt 1940, das ist alles relativ ausgeglichen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir starten ein bisschen früher, dann würde das wahrscheinlich anders ausschauen. Da sehen wir hier unsere finanzielle Übersicht, GDP. Quasi das, was unser Land so erwirtschaftet, unseren Wert. Dann, wie viel Wachstum wir aktuell haben, was unser Budget ist, unsere Naval Funds, die wir haben und wie viel Crew wir zur Verfügung haben. Quasi wie viele Leute wir auf Schiffe stopfen können. Das Ganze eben auch hier nochmal in der Übersicht. Dann können wir auch natürlich genauer nochmal das Ganze zuweisen. Quasi Crew Training können wir zum Beispiel auch beeinflussen. Das können wir erhöhen. Dann quasi auch unsere Manpower, die wir zur Verfügung haben. Dann Transportschiff-Kapazität. Ist halt relativ wichtig, dann auch um unsere Wirtschaftsleistung hochzuhalten. Wenn nämlich im Laufe der Kampagne wir relativ viele Transportschiffe entschlachten oder auch durch Rates verlieren, dann senkt das auch unser Einkommen. Und dann noch das Budget für die Forschung. Umso höher das Ganze ist, desto schneller forschen wir dann natürlich auch. Das ist aktuell alles, was man hier machen kann. Mehr gibt es hier tatsächlich gar nicht. Da sind wir bei Research. Da seht ihr schon, vieles ist hier schon erforscht. Wie ihr hier seht, das ist schon alles abgeschlossen. Weil wir natürlich relativ spät im Spiel sind. Generell ist es so, ihr könnt dann Prioritäten setzen. Also es erforscht alles so ein bisschen passiv quasi. Aber ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt hier quasi eine Priorität auf etwas setzen, weil ich das jetzt gerade unbedingt brauche. Dann geht er quasi her und setzt das Ganze dann quasi dorthin. Aber ihr seht, wir sind jetzt hier eigentlich schon überall durch. Ist halt eher was für das Early Game. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich hätte jetzt gerne bessere Schiffe oder bessere Hüllen oder bessere Armortechnologie oder bessere Damage Control, dann setzt das einfach hier einen Fokus hin. Dann wird das bevorzugt behandelt. Eine Sache habe ich übrigens tatsächlich noch vergessen in der Finanzübersicht. Und zwar gibt es die Hafengröße. Die Hafengröße bestimmt quasi, wie groß die Schiffe maximal sein können, die ihr bauen könnt. Das Gesamtgewicht eines Schiffs quasi. Ganz am Anfang des Spiels liegt die irgendwo bei 9.000 Tonnen. Was ihr dann quasi macht, ihr geht hierher und baut dann quasi das Ganze aus. Das geht mindestens 4.000 Tonnen bis zu 16.000 Tonnen. Dauert natürlich relativ lange. Aber erhöht dann auch quasi die Gesamtanzahl des Gewichts, was ihr bauen könnt. Das ist relativ wichtig. Da müsst ihr auf alle Fälle auch mal gucken, dass es auch wirklich immer ausbaut. Das ist auch so, dass es eigentlich immer zum Beispiel 10.000 Tonnen 15 Monate und dann nochmal 6.000 Tonnen drauf, 9 Monate dazu. Also es ist eigentlich immer relativ ausgeglichen, immer so ein paar Monate, ein paar Tonnen, paar Tausend Tonnen draufpacken. Jedes Jahr sollte auf alle Fälle drin sein, dass ihr auch einfach immer möglichst auf dem modernsten Stand bleibt, dass eure Schiffe auch immer möglichst groß und stark sind. So, da haben wir noch die Huch, da haben wir noch die Flotte und ihr seht, die ist leer. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir haben nämlich keine Schiffe gebaut. Wie gesagt, am Anfang kannst du ja auswählen, Autodesign haben wir ja nicht gemacht. Wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir hier selber erstellen. Das geht über New Design. Klicken wir da quasi drauf. Und dann haben wir erstmal Grundvorgaben. Super Battleship, Modern Battleships. Am Anfang des Spiels sind das natürlich deutlich weniger Vorgaben, die wir haben. Da sehen wir auch schon grundsätzliche Informationen. Hier auf der rechten Seite zum Beispiel sehen wir, sehen wir es natürlich wieder nicht, wenn wir da weggehen. Hier oben sehen wir zum Beispiel das Gesamtgewicht, was wir haben können. 46.800 von 87.500 jetzt aktuell. Und rein theoretisch könnte das Schiff zwischen 80.500 und 92.500 Tonnen insgesamt haben. Wir wählen das jetzt einfach mal aus, dieses super Battleship. Wir können jetzt hier auch schon mal einen Namen zum Beispiel festlegen. Hier Tutorial oder sowas. Dann können wir hier schon mal festlegen, wie groß das Ding sein soll. Und setzen das natürlich jetzt hier erstmal auf das Maximum, was wir hier machen können. Ihr seht auch schon, das ist natürlich limitiert durch unseren Hafen. Das liegt bei 87.500, deswegen können wir da nicht drüber gehen. Deswegen ist das hier dann quasi rot. Dann können wir noch die Geschwindigkeit festlegen. Das ist grundsätzlich so, dass umso höher die Geschwindigkeit, desto mehr Gewicht haben wir dann auch hier zum Beispiel wieder. Weil der Motor natürlich dann relativ groß ist. Können die Reichweite festlegen, die das Schiff haben soll. Und ja, ein paar andere Sachen könnten wir auch noch mit festlegen. Dann können wir auch noch so Sachen festlegen, was für Öl wir nutzen wollen. Natürlich im Laufe des Spiels gibt es da dann andere Sachen, die man da nutzen kann. Zum Beispiel Engines, können wir zum Beispiel Diesel Engine. Dann natürlich Chef 3 im Laufe der Zeit und modernere Zeug. Ruder, Unbalanced oder Balanced oder Semi-Balanced hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Und dann haben wir hier das Elektrohydraulic Steering Gear. Dann natürlich Protection, das gleiche. Bessere Armor, Anti-Torpedos, naja und solche Geschichten. Könnt ihr quasi alles machen, wie ihr das wollt. Macht das Schiff natürlich alles teurer. Wenn ihr jetzt schon kostet von 211 Millionen, da muss man überlegen, ist relativ teuer. Wenn natürlich dann jemand herkommt und euch das Ding wegballert, dann habt ihr natürlich erst mal 200 Millionen Verlust gemacht. Das ist natürlich unangenehm. So, dann haben wir erstmal Main Tower. Wir brauchen einen Tower. Ohne Tower gibt es nichts. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Die haben unterschiedliche Gewichte, unterschiedliche Preise und es ist auch mal relativ vorgegeben, alles, wo ihr das hinbauen könnt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr das irgendwie alles herausfinden müsst und keine Ahnung habt und hier Try by Error. Das ist eigentlich alles immer selbst erklärend. Wichtig ist auch, ihr müsst immer beachten, wie das mit dem Gewicht ist. Wenn euer Schiff zum Beispiel jetzt auf einer Seite zu viel Gewicht hat wie auf der anderen Seite, kann das natürlich dann in der Schlacht zu Performance-Problemen führen. Beispiel Geschwindigkeitsprobleme oder das Schiff liegt dann komisch drin oder ist manövrierunfähig oder solche Geschichten. Da solltet ihr immer gucken, dass es auf alle Fälle relativ ausgeglichen ist. Jetzt haben wir natürlich einen Secondary Tower, den bauen wir dann mal dahinter. Da könnt ihr euch so andere Sachen bauen. Dann kommen wir zu den großen Dingen, das sind diese großen Waffen. Da gibt es dann Centerline-Guns, da gibt es noch Sideguns und dann sagen wir mal, okay, wenn wir das Ding bauen, seht ihr auch wieder, wo ihr die hinbauen könntet. Müsst ihr sich wieder bedenken, Beispiel diese Sideguns, werden immer auf zwei Seiten gebaut. Müsst ihr auch mal gucken, ich habe das jetzt hier gerade nicht ganz so gemacht. Und die nochmal kurz weg. Und zwar seht ihr hier, die sind hier im roten Bereich ein bisschen. Das sind Bereiche, wo die sich nicht hinbewegen können, weil die quasi da mit der Kanone nicht hinkommen. Das sind also quasi eigentlich schlechte Bereiche. Geht jetzt hier in dem Fall noch, aber bei sowas müssen wir auf alle Fälle aufpassen, dass ihr da nicht zu viel Range oder zu viel Bewegungsmöglichkeiten von euren Kanonen verspielt. Dann mal das ganz große Ding mit dazu hier vorne hin. Wobei es passt hier gar nicht rein. Schau, da musst du mal aufpassen. Das ganz große Ding passt nicht rein, weil hier dieses andere Teil da blockiert, was wir da gebaut haben. Das heißt, das müssen wir jetzt erst mal wieder wegmachen, dass wir das Ding hier hinbauen können. Aber geht auch nicht, weil die andere Teil blockieren. So ist das. Da musst du mal gucken. So, jetzt können wir das da hinbauen. Aber dafür können wir jetzt dann da hier quasi die großen Sideguns nicht hier hinbauen. Gucken, ob wir kleinere bauen können. Auch nicht. Ja, dann kannst du quasi dann optional das Ding wieder abbauen und dann sagen, okay, dann baust du da quasi eine kleinere Variante hin. Du baust die ganz vorne hin und dann hättest du natürlich hier bei den Sideguns wieder die Möglichkeit, normalerweise eine größere hinzubauen. So, zack. Dann wird er wieder gehen. So, dann haben wir natürlich noch Secondary Guns. Die baust du dann meistens natürlich hier irgendwo mit hin, wo dann Platz wäre. In die Mitte rein oder hier oben auf die Schiffsdinger mit drauf. Die schießen dann quasi mit von allen Seiten. Torpedo-Lounger könntet ihr auch noch mit einbauen tatsächlich hier. Könnt ihr dann relativ frei platzieren. Dann habt ihr quasi aktuell schon 266 Millionen Dollar. Engine Efficiency liegt nur bei 86%. Aber das ist noch in Ordnung. Wir haben jetzt aktuell ein bisschen zu schwere Schifte. Müssen wir vielleicht sogar gucken, dass man hier ein bisschen die Speed verringert. Weil wenn wir natürlich eine relativ hohe Speed haben, können die Motoren irgendwann das mit dem Gewicht nicht mehr wirklich kompensieren. Deswegen dann lieber die Geschwindigkeit ein bisschen verringern. Das spart auch wieder ein bisschen Geld und Gewicht ein. ist auch wieder positiv. Natürlich generell wenn ein kleinerer Motor drin ist. Es klingt jetzt relativ komisch, aber ich denke mal jeder, der sich damit auskennt, also besser auskennt, wie ich, würde es noch eher verstehen. Ich kenne mich jetzt auch nicht zu 100% damit aus, aber umso mehr Masse du hast, desto anspruchsvoller oder umso schwieriger ist es natürlich, diese Masse zu beschleunigen. Vor allem, wenn du eine höhere Beschleunigung erreichen möchtest. Logischerweise. Wenn du jetzt weniger Beschleunigung erreichen musst, hast du auch erst mal weniger Gewicht, weil du weniger beschleunigen musst und so weiter und so fort. Klingt logisch. So, das war es auch schon. Tatsächlich, ne? Ihr könnt es natürlich noch viel hübscher machen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, gibt es hier noch die Möglichkeit, Autodesign zu machen. Wir klären das jetzt noch mal schnell. Also wir hätten natürlich jetzt erst mal speichern können. Save Design quasi, dann hättet ihr es nachher nutzen können. Unter dem. Ich mache jetzt hier kurz vorher gemacht, wir machen jetzt Autodesign rein. So, und so könnt ihr dann so ein Schiff ausschauen. 271 Millionen, das ist ein BB Tutorial, ein super schweres Ding. Speichern das Ganze, fertig. So, und das Ganze können wir jetzt dann natürlich mit jeder anderen Variante auch machen. Zum Beispiel noch Modern Heavy Cruiser mit rein. Auch wieder selber bestimmen oder Autodesign, wie ihr das quasi haben möchtet. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr es übrigens wieder clearen. Merken wir uns jetzt mal die Kosten. 55 Millionen, 67.000. Können das Ganze clearen, könnt ihr es nochmal automatisch machen. Und das wird jetzt dann wieder anders ausschauen. 88 Millionen. Die Stats sehen wir hier auf der Seite. Genau, Crew Infos, Ship Details, jetzt können wir alles angucken. Können dann quasi gucken, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so. Ihr seht auch genau die Kosten des Ganzen, was hier wie viel wiegt. Vielleicht das Ganze gefällt, auch wieder speichern. So. Wir haben wir mal davon aus, es wird uns reichen. Escape, leave Shipyard. So, was wir jetzt dann hier machen, ist, wir bauen das Ganze natürlich. Und dann sehen wir auch schon die Kosten. Zehn Stück für 2 Millionen, 713.000. Blub. Dann bauen wir nochmal die CRs mit dazu. Die kosten 271 Millionen, sorry. Nicht 2 Millionen, 271 Millionen kostet natürlich eins. Okay, bauen wir nochmal ein paar von denen mit dazu. Zack. So, das Ding ist, dass die in der ersten Runde quasi bei Spielstart automatisch schon fertig sind. Das heißt, die sind automatisch alle fertig gebaut. Danach ist es so, wenn ihr die baut, brauchen die, je nachdem, was für ein Schiff das ist, so sicherlich maximal ein paar Jahre, minimal ein paar Monate. Zerstörer ist deutlich schneller zu bauen wie ein Schlachtschiff. Deswegen guckt, dass ihr wirklich am Anfang auch gut eure gesamten Nabelfunds ausgebt, die ihr zur Verfügung habt. Ballert das wirklich alles rein in eure Flotte, dass ihr auch wirklich gleich maximal aufgestellt seid. Danach wird es relativ lange dauern, bis ihr eure Schiffe wieder in Action setzen könnt und neue Schiffe dazu bekommt. So, ihr könnt es auch einfach auswählen mit Shift, also Tutorial, Shift gedrückt halten, zur Album Mail runter, Select Port, dann könnt ihr hier den Hafen zuweisen, wo ihr die hinhaben wollt. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal nach Dover. So. Das Ganze machen wir mit euch auch. Nach Dover. Natürlich können nicht alle Schiffe überall hinzugewiesen werden, denn manche Häfen haben nicht die benötigte Ausbaustufe, um dann quasi auch sowas zu unterhalten. Wir sehen es hier zum Beispiel, Barry hat eine Portkapazität von 57.750, das heißt, ein Schiff kann maximal 57 Tonnen haben, um hier zu liegen. Dover hat 144 Tonnen Portkapazität, deswegen geht das. So, was wir jetzt machen, ist, wir starten die Kampagne, sind unsere Schiffe hier quasi zugewiesen. So, sind uns natürlich leichter mit der Hafenkapazität, aber Mensch, man kann nicht alles haben. So, was machen wir jetzt? Wir wollen natürlich jetzt Schlachten schlagen. Es gibt grundsätzlich zwei Varianten, wie wir Schlachten schlagen und auf der Kampagnenkarte agieren können. Option 1 ist, wir machen mal Next Turn und da gibt es quasi so vorgegebene Schlachten, so was halt so gerade möglich wäre und dann gibt es noch Möglichkeit 2, ist, wir bewegen unsere Flotten quasi auf der Karte. Dafür machen wir Move Ships und dann werden wir quasi einen Punkt aus hier irgendwo auf dieser Karte, scheißegal wo, irgendein Punkt, zum Beispiel jetzt hier Dover, Move Ships, so was geht? Okay, wir möchten hier die Region vor Helgoland, so haben wir einfach mal ein paar Schiffe aus, so, Move. Da seht ihr unsere Flotte macht sich jetzt hier auf den Weg, wir sehen den Radius, wo die agiert, wo die Handel schützt, wo die feindlichen Handel raided, wo die feindliche Flotte intercepten würde. So, dann könnte ich jetzt sagen, huch, äh, kann auch die Rolle festlegen, Sea Control, Invade oder Protect, Invade gibt es aktuell nicht, das wird dann später so sein, dass man dann Häfen übernehmen kann, Sea Control und Protect ist eigentlich selbsterklärend, Seeherrschaft und Beschützen von heimischen Territorien oder auch Handelskonvois. So, jetzt würde ich dann nochmal gerne meinen Hafen eigentlich auswählen, das ist nur ein paar Sachen, so noch ein bisschen tricky, zum Beispiel auch das hier mit den Häfen auswählen und sowas, das ist immer, leider manche Sachen funktionieren ja noch nicht richtig. Er hat das zum Beispiel eines davon. So, was jetzt dann quasi passiert, man beendet hier quasi die Runde und dann ergibt es jetzt hier die Autoberechnung. Da sehen wir dann auch gleich, ob dann die feindlichen Nationen auch etwas unternehmen, ob die dann ihre eigenen Schiffe schicken oder unsere verbündeten Nationen auch irgendwas machen. So, und dann sehen wir jetzt hier auch schon, blaue Linien sind unsere Verbündeten und dann haben wir die roten Linien, das sind dann die feindlichen Flotten, da sehen wir auch direkt, was für Flotten das so sind. Jetzt aktuell gibt es hier noch keine Kämpfe, weil es jetzt nicht direkt hier eine Radius gibt, wo jetzt irgendwo zu kämpfen führen würde aktuell. Könnte ich so nochmal weitere Schiffe mit bewegen, zum Beispiel hier hin. Und grundsätzlich ist es auch relativ wichtig, dass ihr relativ ausgeglichene Flotten habt. Das heißt, schaut immer, dass ihr Schlachtschiffe, Zerstörer und Kreuzer habt, da wirklich bestmögliche Zusammenstellung ist, nicht einfach nur Schlachtschiffe oder irgendwas. Im Early Game ist es relativ gut, wenn man Torpedo-Boote spammt. Die funktionieren relativ gut im Early Game. Mit Game ist es dann schon wichtiger, auch Zerstörer zu haben. Und im Late Game braucht man wirklich eine gute Balance aus allen Schiffstypen, um da bestmöglich und effizient arbeiten zu können. So, das war jetzt eigentlich das Ganze mit der Kampagnenkarte. Können wir dir dann quasi nochmal, jetzt schaust du das auch nochmal mit dem Schiffdesign an. Wir werden jetzt gucken, eine Bildschip. Mal fünf Schlachtschiffe bauen. Dann sehen wir auch schon, die brauchen 28 Monate, um gebaut zu werden. Können auch den Hafen allerdings schon mal zuweisen, wo die dann hingebaut werden sollen, wenn die dann fertig sind irgendwann mal. Aber es dauert natürlich dann relativ lange. So, dann war es das hier. Dann schauen wir uns jetzt nochmal kurz die Schlachten an. Also grundsätzlich solche Schlachten funktionieren eigentlich relativ einfach. Das ist immer auch alles relativ selbsterklärend. Wir haben oben links eine Zeitangabe. Wir haben Wind. Der kommt aktuell von Nordosten. Wir haben Temperatur oder Wetter. Da sehen wir auch direkt, was hier die Vor- und Nachteile sind. Zum Beispiel Genauigkeit. Hier plus fünf Prozent, weil das Wetter klar ist. Wegen leichten Wegegang minus 2,5 Prozent Genauigkeit. Dann haben wir die Zeit, die noch verbleibt. Zehn Stunden haben wir. Wir können bis maximal Spielgeschwindigkeit 30 gehen. Das können wir allerdings nur, wenn weit und breit keine Einheiten der Nähe sind. Die Sache ist nämlich folgende. Die Karten sind relativ groß bis unendlich. Und dann kann es dann sein, dass sich Schiffe auch gerne mal ein paar Hundert Seekilometer voneinander entfernen. In so einem Fall kann man die Spielgeschwindigkeit bis zu 30 erhöhen. Meistens ist es aber irgendwo bei drei bis fünf. Also relativ selten, dass ihr mal drüber kommt. Umso näher der Feind ist, desto geringer ist die Maximalgeschwindigkeit, die bei drei liegt. Jetzt hier gerade, wir haben eine relativ geringe Entfernung. Deswegen hier Maximalspielgeschwindigkeit drei. Wenn die natürlich weiter weg sind, dann fünf, zehn und so weiter und so fort. Wir können außerdem unsere Flotte mit Shift auch alle auswählen wieder. Wir können dann die ganze unter KI-Kontrolle stellen. Das wäre das hier. Wir können einstellen, dass die Torpedos ausweichen. Das ist aber nur möglich, wenn eine Division mindestens mit zwei Schiffen besteht. Dann können wir noch Avoid-Chips machen, dass es quasi keine Kollisionen gibt, weder mit Freunden noch mit feindlichen Schiffen. Wir können uns natürlich auch wieder zurückziehen, wenn wir da Bock drauf hätten. Wir können auch die Formation ändern, dass sie quasi weiter auseinander gehen oder näher zusammenrücken. Formation ist quasi, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel drei Stück drin. Da könnten wir auch weitere Schiffe mit hinzufügen, zum Beispiel sagen, okay, möchten, dass die mit reinkommen oder möchten, dass die noch mit reinkommen und dass die noch mit reinkommen, können die quasi alle zusammen zu einer einzigen Division fügen, wenn wir das wollen würden. Dann können wir noch einstellen, zum Beispiel, was für Munition verwendet wird. Da ist es so, automatisch heißt, die würden automatisch je nach Waffe und Ziel auswählen, welche Munition sie verwenden. Grundsätzlich kann ich aber sagen, wenn ihr auf Schlachtschiffe schießt oder auf große Battlecruiser, empfiehlt sich AP, vor allem mit Schlachtschiffen. Wenn ihr kleinere Ziele anvisiert, dann empfiehlt sich eher HE. HE ist vor allem gut mit Feuer, während AP die Rüstung zerstört. Quasi AP-Treffer sorgen quasi für Flutungsschaden, den seht ihr hier, während die HE Munition für Strukturschaden sorgt für Feuer und Explosionen. Deswegen ist es so, dass ich meistens tatsächlich mit Schlachtschiffen eigentlich immer die AP-Munition nutze und dann mit den Zerstörern und Kreuzern eigentlich meistens HE Munition. Die sind einfach dafür da, dann quasi die großen Schiffe zu strukturell zu zerstören mit Feuer. Während da die Schlachtschiffe mit ihren großen Kanonen versuchen, die feindlichen Schiffe zu zerstören. So richtig. Aber das müsst ihr für euch selber wissen, was da besser ist. Da gibt es keine hundertprozentige, effizientere Taktik. Dann gibt es noch verschiedene Feuermodi. Die sind aktuell alle normal immer eingestellt. Dann könnt ihr noch auf Safe gehen. Safe heißt, die schießen wirklich nur dann, wenn die eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben. Das trifft auf alles zu hier. Normal heißt, die schießen halt, wenn sie schießen. Und dann gibt es noch Aggressiv. Die schießen immer. Egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie treffen oder nicht. Bei Torpedos ist es so, Torpedos empfiehlt sich wirklich fast schon safe. Dann schießen die wirklich nur, wenn die eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben. Aber normal geht auch noch. Bei den anderen würde ich einfach normal lassen. Das passt eigentlich. Was ihr auch noch einstellen könnt, ist die Geschwindigkeit. Und ihr könntet auch noch Reverse machen. Ihr müsst aber aufpassen bei Reverse. Das ist halt relativ praktisch, wenn ihr zum Beispiel Torpedos auf euch zufliegen und ihr fahrt genau drauf rein. Dann könnt ihr rein theoretisch Bremsen reinhören und Motor rückwärts laufen lassen, um diesen Torpedos auszuweichen. Das Problem ist nur, ihr fickt damit euren Motor. Der ist dann kaputt. Der ist auch häufig nicht mehr reparierbar, vor allem bei früheren Versionen. Und bei späteren geht es dann noch, aber es sind trotzdem längere Zeit außer Gefecht und dann auch relativ angreifbar. Dann habe ich, glaube ich, wieder alles gesagt. Wir haben hier verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten. Zum Beispiel haben wir jetzt hier gerade das Schiff, die CA Drake. Da sehen wir, umso weiter wir weggehen, desto niedriger wird die Hitchance. Die geht dann runter bis auf 0%, wenn es außerhalb der Range ist. Und hier oben rechts seht ihr den Gesamtschaden, den ihr verursacht habt. Hier seht ihr den Schaden, der der Feind an euch verursacht hat. Hier seht ihr noch genaue Aufführungen, welche Damage-Typen, was genau passiert ist. Ihr seht von jedem eurer Schiffe hier natürlich Struktur und Float. Float heißt quasi, wie gut das Schiff noch im Wasser liegt. Struktur heißt, wie euer Schiff aktuell noch so in Form ist. Wenn natürlich überall Feuer ist, wenn wir zum Beispiel hier gucken, da sehen wir hier schon, okay, da brennt es schon überall. Struktur ist bei 92%. Wir haben auch schon erste Treffer unter Wasser gelandet. Da läuft jetzt hier in diese Kammern schon Wasser ein. Dann sehen wir hier, dass aktuell das Ruder gedamaged ist. Das heißt, die können nicht mehr richtig lenken. Da sehen wir quasi alle Infos. Das sehen wir natürlich bei allen Schiffen, sobald wir die gut genug gescoutet haben, bei unseren eigenen Schiffen natürlich auch. Die haben schon, glaube ich, Schaden erlitten, genau. Die haben hier schon den ersten Kammer-Schaden. Wir sehen hier auch schon noch alles einzelne Kammern hier. Jetzt gab es ein paar größere Einschüsse wieder. Ja, dann ist das eigentlich alles, was ihr über die Seeschlachten wissen müsst. Das war jetzt erstmal eine kleine Einführung in Ultimate Admiral Dreadnoughts. Sollten noch Fragen sein, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr sagt, das ist jetzt schon wieder ein zehn Jahre altes Video, machen wir mal ein neues. Davon hat sich schon wieder so viel getan. Dann, ja, würde ich mal sagen, schreibt es mir in die Kommentare, dass ich da nochmal eine neue Version machen soll, dass ich mir es wieder anschaue. Ansonsten checkt gerne meinen Twitch-Kanal ab. Da spiele ich das ja auch vielleicht mal hin und wieder. Ansonsten hier auf YouTube natürlich auch gerne abonnieren. und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.